Sechstes Kapitel Ehrenrupfen am Sabbat An einem Sabbat ging er durch Kornfelder. Seine Jünger rupften Ehren ab. Zerrieben sie mit den Händen und aßen davon. Da sagten einige Pharisäer, warum tut ihr, was am Sabbat verboten ist? Jesus entgegnete ihnen. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Begleiter hungerte, wie er in das Haus Gottes ging, die Schaubrote, die doch nur die Priester essen dürfen, nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab? Dann fuhr er fort. Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Heilung am Sabbat An einem anderen Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heile, um einen Grund zu einer Anklage gegen ihn zu finden. Doch er kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Manne mit der verdorrten Hand. Steh auf und stelle dich in die Mitte. Er stand auf und stellte sich hin. Dann sprach Jesus zu ihnen. Ich frage euch, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Ein Leben retten oder umkommen lassen? Er schaute sie alle ringsum an und sprach dann zu dem Manne, streck deine Hand aus. Er tat es und seine Hand war wiederhergestellt. Da gerieten sie vor Wut ganz außer sich und berieten miteinander, was sie Jesus antun könnten. Wahl der zwölf Apostel In jenen Tagen ging er weg, auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht brachte er im Gebete mit Gott zu. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und dessen Bruder Andreas, Ferner Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomeus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon mit dem Beinamen der Eiferer, Judas, den Bruder des Jakobus, und Judas Iskariot, der sein Verräter wurde. Die Bergpredigt Mit ihnen stieg er hinab und machte auf einem ebenen Platze Halt. Eine große Schar seiner Jünger und eine zahlreiche Menge Volkes aus ganz Judäa, Jerusalem und dem Küstenlande von Tyrus und Sidon waren herbeigeströmt, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Die von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Alles Volk suchte ihn anzurühren, denn eine Kraft ging von ihm aus und machte alle gesund. Selig Preisungen und Wehrufe Da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sprach Selig, ihr Armen, euer ist das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, verstoßen und schmähen und euch um euren guten Namen bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und frohlocket. Denn seht, groß ist euer Lohn im Himmel. Ihre Väter haben es ja mit den Propheten ebenso gemacht. Aber weh euch, ihr Reichen, ihr habt schon euren Trost. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Welt euch umschmeichelt. Ihre Väter haben es ja mit den falschen Propheten ebenso gemacht. Feindesliebe Aber euch, meinen Zuhörern, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, die euch verleumden. Schlägt dich jemand auf die eine Wange, so halte ihm auch die andere hin. Nimmt dir jemand den Mantel, so lass ihm auch den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Wer dir das Deinige nimmt, von dem Forderer es nicht zurück. Wie ihr von den Menschen behandelt sein wollt, so behandelt auch ihr sie. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Dasselbe tun ja auch die Sünder. Wenn ihr nur denen leidt, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen einander, um das Gleiche dafür wieder zu erhalten. Liebt vielmehr eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid also barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Warnung vor freefendlichem Urteil Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein gutes, volles, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit dem gleichen Maße, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen. Er trug ihnen auch ein Gleichnis vor. Kann wohl ein Blinder einen Blinden führen? Fallen nicht beide in die Grube? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder, der ausgelernt hat, ist wie sein Meister. Versiehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge beachtest du nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, während du den Balken in deinem Auge nicht wahrnimmst. Du Heuchler, ziehe zuvor den Balken aus deinem Auge, dann magst du sehen, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Kein guter Baum trägt schlechte Frucht und kein schlechter Baum trägt gute Frucht. Jeden Baum erkennt man an seiner besonderen Frucht. Von Disteln pflückt man keine Feigen und von Hecken liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens Gutes hervor. Der Böse dagegen bringt aus dem bösen Schatze Böses hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Gleichnis vom Hausbau Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Ich will euch zeigen, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und sie befolgt. Er gleicht einem Manne, der ein Haus baute, tief, grob und die Grundmauer auf den Felsen setzte. Das Hochwasser kam und die Flut prallte an das Haus, aber sie vermochte es nicht zu erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer dagegen meine Worte hört, sie aber nicht befolgt, gleicht einem Manne, der sein Haus ohne Grundmauer auf die Erde hinbaute. Als die Flut daran prallte, fiel jenes Haus sogleich ein und stürzte krachend zusammen. Siebtes Kapitel Der Hauptmann von Garfanaum Nachdem er alle seine Reden vor dem lauschenden Volke beendet hatte, begab er sich nach Garfanaum. Dort lag der Knecht eines Hauptmannes, der diesem lieb und wehrt war, todkrank danieder. Als er von Jesus hörte, ließ er ihn durch jüdische Älteste bitten, er möge kommen und seinen Knecht gesund machen. Diese kamen zu Jesus und baten ihn inständig, er verdient es, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Hause entfernt war, ließ der Hauptmann ihm durch Freunde sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Auch ich, obwohl nur ein Untergebener sage zu einem der Soldaten, die mir unterstehen, geh, dann geht er, zu einem anderen komm, dann kommt er, und zu meinem Knechte, tu das, dann tut er es. Als Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Er wandte sich um und sprach zu dem Volke, das ihn begleitete. wahrlich, ich sage euch, so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Als die Boote nach Hause zurückkamen, fanden sie den Knecht, der krank gewesen war, gesund. Der Jüngling von Naim Darauf ging er in eine Stadt mit Namen Naim. Seine Jünger und zahlreiches Volk erzogen mit ihm. Als er sich dem Stadttore näherte, trug man einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Witwe war. Viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Als der Herr sie sah, war der von Mitgleit mit ihr ergriffen und sprach zu ihr, weine nicht. Dann trat er hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger blieben stehen und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen und er gab ihn seine Mutter. Furcht ergriff alle und sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Gott hat sein Volk heimgesucht. Die Kunde davon verbreitete sich im ganzen Judenlande und in der ganzen Umgegend. Die Gesandtschaft des Täufers Von all dem erhielt Johannes durch seine Jünger Nachricht. Da rief Johannes zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder haben wir einen anderen zu erwarten? Die Männer kamen zu ihm und sagten, Johannes der Täufer sendet uns zu dir und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder haben wir einen anderen zu erwarten? In jener Stunde heilte er gerade viele von Krankheiten, Gebrechen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. So gab er ihnen zur Antwort, geht hin und kündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Wohl dem, der an mir keinen Anstoß nimmt. Zeugnis für den Täufer Als die Boten des Johannes weggegangen waren, sprach er zu den Volksscharen über Johannes. Wozu seid ihr in die Wüste hinaus gegangen? Ein Schilfrohr zu sehen, der vom Winde hin und her bewegt wird? Oder wozu seid ihr hinaus gegangen? Einen Menschen in weichlichen Kleidern zu sehen? Nein, Leute, die prächtige Kleider tragen und üppig leben, sind an den Höfen der Könige. Wozu seid ihr hinausgezogen? Einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, noch mehr als einen Propheten. Er ist der, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, dass er den Weg vor dir bereite. Ich sage euch, unter den vom Weibe Geborenen gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Dennoch ist der geringste im Reiche Gottes größer als er. Alles Volk, das ihn hörte und die Zöllner erkannten Gottes Gerechtigkeit an und empfingen die Taufe des Johannes. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer hingegen missachteten Gottes Ratschluss und ließen sich nicht von ihm taufen. Eigensinnige Kinder Der Herr fuhr fort. Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen? Wem sind sie gleich? Kindern gleichen sie, die auf dem Markte sitzen und einander zurufen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht geweint. Johannes der Täufer ist aufgetreten, er aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagtet ihr, er ist vom Teufel besessen. Der Menschensohn ist aufgetreten, er isst und trinkt. Da sagt ihr, seht da den Schlemmer und Trinker, den Freund der Zöllner und Sünder. Aber die Weisheit ward von allen ihren Kindern als gerecht erkannt. Die Sünderin Ein Pharisäer bat ihn, bei ihm zu essen. Er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tische. In der Stadt lebte eine Frau als Sünderin. Als sie erfuhr, dass er im Hause des Pharisäers zu Tische sei, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl. Sie stellte sich weinend hinter seine Füße und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als der Pharisäer, der ihn geladen hatte, dies sah, dachte er bei wäre, wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn berührt. Eine Sünderin. Jesus sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Dieser erwiderte Sprichmeister ersprach. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie ihre Schuld nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete, ich glaube, der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann sagte er, der Frau zugewandt, zu Simon, siehst du diese Frau, ich kam in dein Haus und du gabst mir kein Wasser für meine Füße. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du gabst mir keinen Kuss, sie aber hat seit meinem Eintritt unaufhörlich meine Füße geküsst. Du salbtest mein Haupt nicht mit Öl, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel Liebe gezeigt hat. Wem aber weniger vergeben wird, der hat auch nur wenig Liebe. Dann sprach er zu ihr, deine Sünden sind die vergeben. Da dachten die, welche mit zu Tische waren, bei sich, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden. Achtes Kapitel In Jesu Gefolgschaft Hierauf wanderte er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, predigte und verkündete die frohe Botschaft vom Reiche Gottes. Bei ihm waren die Zwölf sowie einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria mit dem Beinamen Magdalena aus der sieben böse Geister ausgefahren waren. Ferner Johanna die Frau des Husa, eines Verwalters des Herodes, Susanna und noch viele andere, die ihnen mit ihrem Vermögen zu Diensten waren. Gleichnis vom Sämen Als eine große Volksmenge zusammen kam und die Leute aus allen Städten ihm zuströmten, trug er folgendes Gleichnis vor. Ein Seemann ging aus, seinen Samen zu säen. Beim Säen fiel einiges auf den Weg, wurde zertreten und die Vögel des Himmels pickten es auf. Anderes fiel auf steinigen Grund. Es ging zwar auf, verdorrte aber, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Wieder Anderes fiel mitten unter die Dornen. Die Dornen wuchsen mit auf und erstickten es. Anderes endlich fiel auf gutes Erdreich, ging auf und trug hundertfältige Frucht. Bei diesen Worten rief er aus, wer Ohren hat, der höre. Da fragten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Den anderen werden sie in Gleichnissen dargeboten, damit sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Auslegung des Gleichnisses Das Gleichnis bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die auf dem Wege sind jene, die es wohl hören. Dann aber kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Die auf dem steinigen Grund sind jene, die das Wort zwar hören und mit Freuden aufnehmen, aber nicht Wurzel fassen lassen. Sie glauben eine Zeit lang, aber zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was unter die Dornen fiel, sind jene, die das Wort zwar hören, dann aber in den Sorgen, Reichtümern und Genüssen des Lebens aufgehen und es ersticken und so keine Frucht bringen. Was endlich auf gutes Erdreich fiel, sind jene, die das Wort hören, es in einem guten und willigen Herzen bewahren und so Frucht bringen mit Beharrlichkeit. Aufgabe der Jünger Niemand zündet ein Licht an und deckt es mit einem Gefäße zu, oder stellt es unter das Lager, sondern ersetzt es auf den Leuchter, damit alle, eintreten, das Licht sehen. Nichts ist ja verborgen, was nicht offenbar, nichts geheim, was nicht bekannt würde und an den Tag käme. Gebt darum Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem wird noch genommen werden, was er zu haben meint. Jesu wahre Familie. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu ihm, konnten aber wegen des Gedränges nicht zu ihm gelangen. Man meldete ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wünschen, dich zu sehen. Er entgegnete ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind jene, die das Wort Gottes hören und befolgen. Der Sturm auf dem See Eines Tages stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und sprach zu ihnen, wir wollen an das andere Ufer des Sees hinüberfahren. Sie stießen vom Lande ab. Während sie dahin fuhren, schlief er ein. Da warf sich ein Sturm auf den See herab. Sie wurden von den Wellen bedeckt und gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn und riefen, Meister, Meister, wir gehen unter. Er erhob sich und gebote dem Wind und dem tobenden Wasser. Sie legten sich und es trat stille ein. Dann sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Voll Furcht und Staunen sagten sie zueinander, wer ist doch dieser, er gebietet ja selbst den Winden und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Der Besessene von Gerasa Sie steuerten dem Lande der Gerasener zu, das Galiläer gegenüberliegt. Kaum war er ans Land gestiegen, da kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von bösen Geistern besessen war. Schon lange Zeit trug er keine Kleide mehr und hielt sich nicht in einem Hause auf, sondern in Felsen gräbern. Sobald er Jesus erblickte, warf er sich schreiend vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht!« Denn er befahl dem unreinen Geist, aus den Menschen auszufahren. Schon lange hatte jener ihn in seiner Gewalt. Man hatte ihn mit Ketten und Fesseln gebunden, um ihn festzuhalten. Aber er zerriss die Fesseln und wurde vom bösen Geiste in die Wüste getrieben. Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Legion!« Denn viele böse Geister waren in ihn gefahren. Diese baten ihn, sie doch nicht in die Hölle zu verweisen. Nun weidete in der Nähe am Berg Abhang eine große Herde Schweine. Sie baten ihn, er möge ihnen gestatten in die Schweine zu fahren. Er gestattete es ihnen. So fuhren denn die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Die Herde stürmte den Abhang hinab in den See und ertrank. Als die Hirten sahen, was geschehen war, liefen sie davon und meldeten es in Stadt und Land. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was vorgefallen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu Jesu Füßen sitzen. Sie gerieten in Furcht. Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Da bat ihn, die gesamte Bevölkerung des Gebietes von Gerasa, von ihnen weg zu gehen, denn große Furcht hatte sie ergriffen. So stieg er denn in das Boot und fuhr zurück. Der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, mit ihm gehen zu dürfen. Doch entließ er ihn mit den Worten, kehre nach Hause zurück und erzähle, wie Großes Gott an dir getan hat. Er ging hin und verkündete in der ganzen Stadt, wie Großes Jesus an ihm getan hatte. Die Tochter des Jairus Als Jesus zurückkehrte, empfing ihn die Volksmenge mit Freuden, denn alle warteten auf ihn. Da kam ein Mann mit Namen Jairus, ein Synagogen Vorsteher. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn seine einzige Tochter im Alter von etwa zwölf Jahren lag im Sterben. Auf dem Wege dahin umdrängte ihn das Volk. Da war eine Frau, die schon zwölf Jahre am Blut Fluss liht. Sie hatte ihr ganzes Vermögen an die Ärzte ausgegeben, ohne bei einem Heilung zu finden. Sie trat hinter ihm heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Im Augenblick hörte der Blutfuß auf. Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Da alle es verneinten, sagten Petrus und seine Gefährten, Meister, die Volksmenge schiebt und drängt dich. Jesus aber erwiderte, es hat mich jemand angerührt, denn ich merkte, wie eine Kraft von mir ausging. Als ich nun die Frau entdeckt sah, kam sie zitternd herbei, fiel vor ihm nieder und erzählte, vor allem Volke, warum sie ihn angerührt habe und wie sie auf der Stelle geheilt worden sei. Er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, gehe im Frieden. Während er noch redete, kam jemand aus dem Hause des des Synagogen Vorstehers mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht weiter. Jesus hörte das und sagte zu ihm, fürchte nicht, glaube nur, sie wird gerettet. Als er in das Haus kam, ließ er nur Petrus, Johannes und Jakobus, sowie Vater und Mutter des Mädchens mit hinein. Alle weinten und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht tot, sondern schläft nur. Da verlachten sie ihn, denn sie wussten, dass sie tot war. Er fasste sie bei der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte ihr Geist zurück, sie stand sogleich auf. Dann ließ er ihr zu Essen geben. Ihre Eltern waren zwölf zu erstaunen und gab ihnen Macht und Gewalt, über alle bösen Geister und die Kraft Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Auch sollt ihr nicht zwei Röcke haben. Wenn ihr in ein Haus kommt, so bleibt, bis ihr von dort weiter zieht. Wo man euch aber nicht aufnimmt, da verlasst die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeug Zeugnis gegen sie. Sie machten sich auf den Weg und zogen von Ort zu Ort, verkündeten überall das Evangelium und heilten die Kranken. bet 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 sei da. Die Volksmassen merkten es jedoch und zogen ihm nach. Er nahm sie freundlich auf, sprach zu ihnen vom Reiche Gottes und machte alle gesund, die der Heilung bedurften. Schon ging der Tag zur Neige. Da kamen die Zwölf zu ihm und sagten, entlass die Scharen, sie mögen in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, um Obdach und Nahrung zu suchen, denn hier sind wir in einer öden Gegend. Er entgegnete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, wir müssten denn hingehen und für diese ganze Menge Nahrungsmittel kaufen. Es waren nämlich ungefähr 5000 Mann. Da sprach er zu seinen Jüngern, lasst sie in Gruppen zu je 50 sich lagern. Sie taten so und ließen alle sich lagern. Nun nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Dann brach er sie und gab sie den Jüngern, damit diese sie dem Volk vorlegten. Alle aßen und wurden satt. Ja, man hob von den übrig gebliebenen Stücken noch zwölf volle Körbe auf. Bekenntnis des Petrus Als er einmal allein betete und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, einige für Johannes den Täufer, andere für Elias, noch andere meinen, einer von den alten Propheten sei auferstanden. Da fragte er sie weiter, für wen haltet denn ihr mich? Petrus gab zur Antwort, für den Gesalbten Gottes. Er verbot ihnen jedoch streng, dies irgendjemand zu sagen. Jesus sagt sein Leiden voraus. Er fügte bei, der Menschensohn muss viel leiden, wird von den Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Nachfolge Jesu Zu allen aber sprach er, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Denn was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und zugrunde geht? Denn wer sich meiner und meine Worte schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er in seiner und seines Vaters und der heiligen Engel Herrlichkeit kommt. Ich sage euch in Wahrheit, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht kosten, bis sie das Reich Gottes sehen. Verklärung Jesu Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf den Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich der Ausdruck seines Antlitzes und sein Gewand wurde glänzend weiß. Und zwei Männer redeten mit ihm, Moses und Elias. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem finden sollte. Petrus und seine Gefährten wurden vom Schlaf übermannt. Als sie erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese von ihm scheiden wollten, sprach Petrus zu Jesus. Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, die eine, Moses eine und Elias eine. Er wusste nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich, als jene in die Wolke eintraten. Aus der Wolke aber rief eine Stimme, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme verhallt war, war Jesus wieder allein. Sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Der besessene Knabe als als sie am folgenden Tag vom Berge hinab stiegen, kam ihnen eine große Volksmenge entgegen. Da rief ein Mann aus dem Volke, Meister, ich bitte dich, sieh nach meinem Sohne, er ist mein Einziger, ein böser Geist packt ihn, dann schreit er plötzlich auf, er zerrt ihn hin und her, dass er schräumt, nur schwer lässt er von ihm ab und treibt ihn noch ganz auf. Ich bat deine Jünger, ihn auszutreiben, doch sie vermochten es nicht. Jesus entgegnete, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Noch während er herbeikam, riss und zerrte in der böse Geist hin und her. Jesus drohte dem unreinen Geiste, heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater zurück. Alles staunte über die Größe Gottes. Jesus sagt aufs Neue sein Leiden voraus. Während alle voll Bewunderung waren über seine Taten, sprach er zu seinen Jüngern. Prägt euch diese Worte gut ein. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Allein sie verstanden dieses Wort nicht. Es blieb ihnen dunkel. Sie sollten es nicht erfassen. Doch scheuten sie sich ihn hierüber zu fragen. Rangstreit der Jünger Es kam ihnen der Gedanke in den Sinn, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da Jesus die Gedanken ihres Herzens kannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der kleinste ist, der ist groß. Johannes berichtete, Meister, wir sahen, wie einer in deinem Namen Teufel austrieb. Wir wehrten es ihm, weil er nicht zu unserem Jüngerkreise gehört. Jesus erwiderte ihm, wehrt es ihm nicht, denn wer nicht wieder euch ist, der ist für euch. Die ungastlichen Samariter Die Tage seiner Aufnahme kamen näher heran. Da hatte er fest im Sinn, nach Jerusalem zu reisen und sandte Boten vor sich her. Diese machten sich auf den Weg und kamen in eine Ortschaft der Samariter, um eine Herberge für ihn zu bereiten. Allein man nahm ihn nicht auf, weil er auf der Wanderung nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes dies sahen, sagten sie, Herr, sollen wir nicht Feuer vom Himmel herabrufen, dass es sie verzehre? Er aber wandte sich um und verwies es ihnen mit den Worten, ihr wisst nicht, wes Geistes ihr seid. Der Menschensohn ist nicht gekommen, Seelen zu verderben, sondern zu retten. So zogen sie denn in eine andere Ortschaft. Unvollkommene Jünger Wären sie des Weges weiter zogen, sagte eine zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte ihm, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel des Himmels ihre Nester, der Menschensohn aber hat keine Stätte, wohin er sein Haupt legen könnte. Einen anderen forderte er auf, folge mir. Der entgegnete, Herr, lass mich zuvor hingehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr, lass mich aber vorher von meiner Familie Abschied nehmen. Zehntes Kapitel erwiderte ihm, die siebzig Jünger, die siebzig zurückschaut, und sandte sie zu zweien vor sich her, in alle Städte und Ortschaften, in die er zu kommen gedachte. Er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet darum den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. So geht den hin. Seht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Nehmt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe mit und grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt zuerst Friede sei diesem Hause. Wohnt dort ein Kind des Friedens, so wird euer Friedensgruß auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Hause, esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes Wert. Zieht nicht von einem Haus zum Andern. Wenn ihr in eine Stadt kommt und Aufnahme findet, so esst, was man euch vorsetzt. heilt heilt die Kranken, die dort sind und verkündet, das Reich Gottes hat sich euch genaht. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und keine Aufnahme findet, so geht auf ihre Straßen hinaus und sagt, selbst den Staub eurer Stadt, der sich an unsere Füße geheftet hat, schütteln wir auf euch ab. Aber das wisset, das Reich Gottes hat sich genaht. Ich sage euch, Sodoma wird es an jenem Tage erträglicher ergehen als jener Stadt. Die unbußfertigen Städte Weh Korotsein Weh dir Bezaida Denn wären in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen, die in euch geschehen sind, so hätten sie schon längst in Sack und Asche Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es im Gerechte erträglicher ergehen als euch. Und du, Kafarnaum, wirst du wohl bis zum Himmel erhoben werden? In die Unterwelt sollst du hinab gestoßen werden. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Rückkehr der Jünger. Voll Freude kehrten die siebzig zurück und berichteten. Herr, selbst die bösen Geister sind uns in deinem Namen untertan. Er entgegnete ihnen. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch Macht gegeben, über Schlangen und Skorpione hinweg zu schreiten. Ihr macht über alle feindliche Gewalt. Nichts soll euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass die Geister euch untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgezeichnet sind. Jesu Jubelruf In jener Stunde frohlockte er im Heiligen Geiste und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, kleinen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater und niemand, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Dann wandte er sich an seine Jünger besonders und sprach, Selig die Augen, die sehen, was ihr seht, denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und sahen es nicht, wollten hören, was ihr hört und hörten es nicht. Der barmherzige Samariter, da erhob sich ein Gesetzeslehrer, um ihn auf die Probe zu stellen. Er fragte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er sprach zu ihm, was steht im Gesetze geschrieben, wie liest du? Jener antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allen deinen Kräften und mit deinem ganzen Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du das Leben haben. Jener aber wollte sich rechtfertigen und fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da nahm Jesus das Wort und sprach, ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die plünderten ihn aus, schlugen ihn wund, ließen ihn halbtot liegen und gingen davon. Zufällig zog ein Priester denselben Weg hinab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam ein Nevit dorthin, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Samariter kam auf seiner Reise in seine Nähe. Als er ihn sah, ward er von Mitleid gerührt. Er trat zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verbannt sie. Dann hob er ihn auf sein Lasttier, brachte ihn in eine Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Tage zog er zwei Dinare heraus und gab sie dem Wirte mit den Worten, Sorge für ihn. Was du noch darüber aufwendest, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von den Dreien hat wohl als Nächster gehandelt an dem, der unter die Räube gefallen war. Jene antwortete, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin und tue desgleichen. Maria und Martha Auf der Wanderung erkehrte er in einem Flecken ein. Eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf.